hallo meine lieben freunde meines kanals jetzt muss ich das video noch mal hochladen weil ich ein blödsinn erzählt habe ja und das ist eben manchmal der fall kann passieren es geht um das beben in deutschland also niedersachsen die ursache dafür und ich habe in dem vorhergehenden video das machen wir jetzt auch wieder verglichen mit kroningen in kroningen also in niederlanden war es so dort wurde fracking betrieben fracking ist in deutschland verboten nichtsdestotrotz kann es auch durch die normale gasförderung zu erdbeben kommen und das ist vermutlich dann die ursache für das in niedersachsen also kein fracking sondern die herkömmliche gasförderung das muss ich jetzt verbessern weil das würde jetzt implizieren dass da irgendetwas gemacht wurde was nicht gesetzeskonform ist und das ist in dem fall nicht der fall sondern hier handelt es sich um ein gasfeld in dem eben kein fracking betrieben wird aber jetzt noch mal der ganze vergleich mit kroningen kroningen ist deshalb interessant in diesem zusammenhang weil dort die bevölkerung dann sehr dagegen war gegen solche projekte in kroningen fracking hat immer wieder beben ausgelöst es war immer wieder zu spüren es gab auch schäden an den gebäuden dann jetzt der vergleich was ist fracking überhaupt also da wird also flüssigkeit chemikalien wasser hinein gepumpt um das gestein aufzubrechen und daneben das gas zu fördern das ist fracking aber es gibt zum beispiel niedersachsen natürliche gas vorkommen sogar sehr umfangreiche gas vorkommen da musst du gar nicht tracken um überhaupt irgendwas rauszubekommen und das wird in niedersachsen gemacht weil wir in deutschland gesagt haben wir machen das nicht aufgrund eben auch der sozusagen nicht nur was mit erdbeben zu tun sondern auch mit umweltverschmutzung also fracking ist tatsächlich belastend weil das was da gemacht wird also nicht unbedingt günstig ist so jetzt einmal das als erklärung weil sonst wird hier vermutet hier würde in deutschland irgendetwas gemacht was nicht gesetzeskonform ist aber nein also in deutschland ist es so da wird das sehr genau überwacht was da gemacht wird und man kann auch aufgrund der beben die dort stattfinden auch feststellen ob gefreckt wird oder nicht also man könnte das gar nicht illegal machen weil es einfach untersucht werden kann was da passiert nichtsdestotrotz war das beben in niedersachsen so wie es momentan ausschaut in einer sehr hohen wahrscheinlichkeit induziert das heißt also durch die gas förderung verursacht und das ist das wichtige dabei dass es sich hierbei nicht um ein tektonisches beben handelt sondern um ein induziertes beben welches durch gas förderung entstanden ist das sieht man eben an der wellenstruktur die man dort auch ganz genau analysieren kann das ist ganz wichtig in dem zusammenhang dass man das auseinander hält zum einen gibt es in europa oder gab es in europa zum beispiel wegen kroningen fracking ja das in den usa im übrigen gang und gäbe ja dass dort gefreckt wird bei uns ist das so dass man auf verschiedene auf basis verschiedener wissenschaftlicher erkenntnisse auch bezüglich der beben tätigkeit die dadurch entstehen kann gesagt dann machen wir nicht und umweltgründen kann ist ganz wichtig bei in dem zusammenhang ob wir in deutschland irgendwann mal fraggen werden das ist natürlich auch steht in den sternen also ob das irgendwann mal gemacht wird fakt ist aber und das ist auch etwas was ich im vorhergehenden video schon angesprochen habe man muss von diesen fossilen energieträgern weg weil es irgendwann mal weniger wird und es einfach nicht genug gibt für zwölf milliarden menschen dass du die mit fossilen energieträgern versorgst dann haben wir auch noch das thema mit der klimaproblematik also wenn man dann so viel zwölf milliarden menschen fossile energieträger hier kannst du vorstellen was dann los ist wir haben jetzt schon probleme mit dem klima aber das kann natürlich dann noch viel schlimmer werden und darum ist diese generelle idee zu sagen man macht es dann auf eine andere art und weise natürlich sehr wichtig energie erzeugen wasserstoff wert zum beispiel ein ganz wichtiges thema um im gas durch wasserstoff zu ersetzen sind wir noch nicht so weit muss sehr viel energie auch erzeugen also so über zum beispiel regenerative energien oder zum beispiel auch atomkraftwerke das ist ja etwas was viele länder jetzt also planmäßig umsetzen wollen da ist also mit atomkraft dann wasserstoff erzeugen und dann eben in diese schiene rein atomkraft ist natürlich auch nicht unbedingt das beste was man machen kann das beste was man machen könnte wäre fusion aber da sind wir halt nur sehr weit davon entfernt dass wir funktionierende fusionskraftwerke haben dann könntest den kreislauf relativ einfach machen kannst mit dem fusionskraftwerken zum beispiel wasserstoff erzeugen mit wasserstoff kannst du fahrzeuge betreiben kannst du dann zum beispiel auch turbinen betreiben die dann strom produzieren wenn du das auch noch haben willst ja und das wäre jetzt so eine idee dass man da in die richtung aber hier noch mal der vergleich also welchen struktur beben niedersachsen induziert tektonisches beben der unterschied zwischen den einzelnen wellenstrukturen ist ja klar erkennbar das heißt also bei einem induzierten beben entsteht eine andere wellenstruktur vor allem der peak der da entsteht ist ein bisschen abgeflachter ja beim tektonischen beben seht ihr selber da gibt der peak einmal kurz nach oben und dann flacht er langsam ab und bei induzierten beben schaut es halt einfach anders aus es ist relativ einfach zu sagen dass in niedersachsen ein induziertes beben für die problematik gesorgt hat und nicht etwa ein tektonisches beben was in niedersachsen sowieso sehr unwahrscheinlich wäre ja aufgrund eben auch der bodenbeschaffenheit und der geologischen voraussetzungen also es ist ein ganz wichtiges thema ich habe das im letzten video auch schon angesprochen das ist auch dann politisches thema logischerweise wenn durch solche beben zum beispiel schäden auch an gebäuden entstehen in kroningen hand haben die proteste der der anwohner die sich dort befunden haben dafür gesorgt dass dann irgendwann mal die politik gesagt hat als im juni letzten jahres wir machen das ding zu und am ersten oktober 2023 war dort da auch der betrieb eingestellt also da muss man sagen das wird wohl auch in deutschland immer ein thema bleiben weil eben durch schäden die dort entstehen natürlich auch ansprüche entstehen also wer wer ist jetzt schuld an dem was da passiert ist und um sich sowas auf vom leib zu halten ja also diese ganze diskussion ist natürlich generell die frage ob wir jetzt in deutschland diese gasförderung weiter betreiben wollen ja das ist auch ein thema bezüglich energieversorgung momentan braucht man gas noch das ist also eine brückentechnologie du kannst entweder atomkraft verwenden du kannst gas verwenden du kannst kohle verwenden du kannst irgendeine fossile technologie verwenden oder atomkraft um die brücke zu schlagen zu zb anderen energieformen wie zum beispiel fusion dass das muss er machen du brauchst der energie da kannst du nicht heute sagen ich schalte jetzt alles ab weil dann fehlt natürlich sehr viel an dem was du zum beispiel für die industrie brauchst und so weiter und so fort grundlastfähiger strom ist ganz wichtig kriegst du halt mit sonne und wind nicht das muss er jedem klar sein das heißt es müssen grundlastfähige systeme existieren und da hast du gas kohle zum beispiel atomkraft hättest du auch noch geothermie aber bei der geothermie haben wir die gleichen probleme das heißt es durch die bohrungen und das was da passiert entstehen auch beben ist auch eine diskussion also geothermie kraftwerke sind jetzt auch nicht unbedingt das was die bevölkerung will die frage ist ob man es dann trotzdem macht dann genauso wie zum beispiel in den niederlanden mit dem fragging kannst du machen aber die gefährdungssituation bezüglich dann einfluss auf die anwohner ist natürlich sehr groß sagt und jetzt fertig mit der verbesserung ja weil das war jetzt ganz wichtig weil ich da im ersten video tatsächlich daneben lag und das muss man dann auch verbessern kann man nicht einfach so stehen lassen so passt schon nein das ist ein kanal der zumindest versucht alles das wieder zu geben was dann auch stimmt so meine zeit bis zum nächsten mal dann ja Bis zum nächsten Mal.